So, hallo Leute, heute wieder ein kleines, ja, Informationsvideo. Gibt es ja jetzt mittlerweile öfters mal auf meinem Channel. Da kann sein, dass wegen verschiedener Dinge jetzt auch noch zwei, drei Videos da hinterher folgen. Ist jetzt aber erstmal egal, das Thema für dieses Video oder das, was ich ganz kurz ansprechen will, sind ja jetzt nur ganz kurze Videos. Und zwar bräuchte ich mal eure Ideen. Und zwar für folgende Sache oder eure Wünsche, sag ich, ja, viel besser Wünsche, könnte man sagen. Ich habe vor, das alte Format Let's Talk wieder ins Leben zu rufen. Und da würde mich einfach mal interessieren, über welche Sachen regt ihr euch momentan auf? Welche Sachen, natürlich im Bereich Gaming, PC, Internet, welche Sachen, über welche Sachen würdet ihr einfach gerne mal eine Meinung hören oder irgendeinen Talk? Ich werde versuchen, dass ich später auch im Format irgendwelche Gäste mit reinbekomme. Das ist ja immer das Wichtigste, dass wir da einen kleinen Talk together machen. Und ansonsten würde ich mal eure Ideen gerne hören, eure Wünsche, was man bei so einem Talk gerne bereden könnte. Ihr könnt euch natürlich auch selber bei mir melden, ob ihr mitmachen wollt, über ein bestimmtes Thema da erzählen wollt, im Bereich PC, Internet und das war es schon wieder mit diesem Video. Wir sehen uns im nächsten Impfung-Video wieder, was vielleicht jetzt schon abgeloadet wird. Also wie gesagt, heute sind es ein bisschen mehr, so 3, 4 und ansonsten ciao. Euer Krangus natürlich, ne? Das habe ich fast vergessen. Ciao, euer Krangus. Ciao, euer Krangus.